so ihr seht ich habe zwei stück davon gemacht und die habe ich jetzt hier verbunden und jetzt arbeite ich mich vor lege ich mir die schön hin und dann arbeite ich mich hier um erstmal in jede eine feste masche ich hoffe ihr könnt das gut sehen ich habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht auf dem sofa ist mal was anderes und dann Dann gehe ich Reihe um, in jedes Loch natürlich, die erste Reihe ist ein bisschen fummelig, aber das kriegt ihr hin. Einfach nur feste Maschen machen. Machen wir jetzt einfach hier ringsum. Einfach nur feste Maschen machen. So, das ist man hier auch über diese kritische Stelle weg, dann geht das auch schon besser. Das mache ich jetzt wieder ein Stückchen hoch. Ich schaue erst mal, wie breit das genau wird, dann entscheide ich, ob ich am Bauch noch eine Maschen zunehmen, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Mal schauen. Und ihr könnt selber entscheiden, wie euer Körper aussehen soll, wie hoch der sein soll. Das ist ja eure Entscheidung. Natürlich müsst ihr ein bisschen auf die Proportionen achten, ist klar. Aber es gibt ja heutzutage auch ganz, ganz lange Beine und ganz, ganz lange Arme und ganz, ganz kleine Köpfe. Es gibt ja heute alles schon. Also könnt ihr eigentlich eure Anlassiv reinlaufen lassen, wie ihr das möchtet. Ja, wenn ich dann oben bin, oder wenn ich die Farbe wechsle, dann hole ich euch wieder mit dazu. Aber ihr wollt mir ja jetzt nicht die ganze Zeit zugucken, wie ich hier hochheckel. Das wäre ja auch zu langweilig für euch, okay? Aber nur, falls jemand mithickeln möchte, dann kann er sich ja die Videos von Anfang bis Ende dann angucken und kann immer wieder gucken. Es gibt auch nicht viel zu rechnen oder so. Das Wichtigste ist eben, dass ihr, wenn ihr die Größe haben wollt, die ich hier mache, die gleiche Nadel benutzt. Das ist eine 1,75 und eben ganz normales Baumwollgarn. Ich habe das mit dem Glanz. Es gibt auch ohne Glanz. So müsst ihr euch selber entscheiden, was ihr da gerne haben möchtet. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder.